Gelenkschmerzen, Arthalgie Immer mehr Menschen leiden an Gelenkschmerzen. Am häufigsten schmerzen Kniegelenke, Fingergelenke, Hüftgelenke und Schultergelenke. Besonders davon betroffen sind ältere Menschen, die Beschwerden können aber auch schon bei jüngeren Menschen, wie zum Beispiel Sportlern, Menschen mit Fehlhaltungen oder im Rahmen von rheumatischen Erkrankungen, auftreten. Unsere Gelenke dienen der Beweglichkeit und verbinden zwei oder mehrere Knochen miteinander. Die Gelenke sind von einer Gelenkkapsel umgeben, die von der sogenannten Gelenkinnenhaut, Synovialis, ausgekleidet wird. Diese produziert die Gelenkflüssigkeit, Synovia, die für ein reibungsfreies aneinandergleitender Knorpel verantwortlich ist. So können gesunde Knochenbelastungen gut standhalten. In den meisten Fällen werden Gelenkschmerzen durch Abnutzung, dem sogenannten Gelenkverschleiß oder auch Arthrose genannt, verursacht. Aber auch eine Gelenkentzündung, Arthritis oder Verletzungen können häufige Ursachen von Gelenkschmerzen sein. Zudem gibt es noch eine Reihe anderer Ursachen. Vielfältiges Erscheinungsbild Gelenkschmerzen sind vielfältig in Ihrem Erscheinungsbild. Setzen Sie plötzlich innerhalb von nur wenigen Stunden ein, spricht man von akuten Gelenkschmerzen. Wenn Sie sich über Wochen und Monate entwickeln, hingegen von chronischen Gelenkschmerzen. Sind Sie permanent vorhanden und schreiten auch fort, nennt man den Verlauf chronisch progredient, treten Sie nur manchmal bzw. zeitweise auf, ist der Verlauf akut remittierend. Manchmal ist nur ein Gelenk allein betroffen, wie zum Beispiel das Kniegelenk, monoartikuläre Gelenkschmerzen. Die Schmerzen können sich aber auch auf zwei bis vier Gelenke oligoartikuläre Gelenkschmerzen, oder noch mehr Gelenke, polyartikuläre Gelenkschmerzen, erstrecken. Um die Symptome einer Krankheit zuordnen zu können, sind verschiedene Faktoren vom Arzt zu erheben. Dazu gehört vor allem der Schmerzhytmus. Tritt der Schmerz in Ruhe auf oder bei Bewegung? In der Nacht oder untertags? Liegt eine Morgensteifigkeit der Gelenke vor? Zudem wird das Verteilungsmuster angesehen. Schmerzen die großen, zum Beispiel Hüft- oder Kniegelenk, oder die kleinen Gelenke, wie Handgelenk oder Fingergelenke? Die Schmerzintensität wird mit einer Skala von 0, kein Schmerz, bis 10, unerträglicher, maximaler Schmerz, eingeschätzt. Zudem werden verstärkende oder erleichternde Faktoren erfragt, wie zum Beispiel Besserung der Gelenkschmerzen bei Bewegung, typisch für Arthritis, oder durch Ruhe, typisch für Arthrose. Was sind die Ursachen von Gelenkschmerzen? Neben Verletzungen und häufig Überlastungen an Gelenkkapsel, Bändern, Knorpel und Knochen, gibt es unterschiedliche Ursachen für Gelenkschmerzen. Plus plus mehr zum Thema, Ursachen von Gelenkschmerzen plus plus wann sollten Sie zum Arzt gehen? Gelenkschmerzen, die durch eine Verletzung entstanden sind, sollten möglichst bald von einem Facharzt begutachtet werden, um eine weitere Verschlimmerung der Schmerzen zu vermeiden. Wenn Gelenke die klassischen Entzündungszeichen wie Rötung, Schwellung und Überwärmung zeigen und noch dazu Schmerzen, ist es ebenfalls ratsam, den Arzt aufzusuchen. Auch Bewegungsanschränkungen und Schmerzen bei typischen Bewegungen gehören kontrolliert sowie wenn zusätzliche Krankheitszeichen wie Fieber, Müdigkeit und Hautausschlag auftreten. Bei einer rheumatoiden Arthritis sind die frühe Diagnose und Therapie auch wichtig, um irreversible, nicht rückgängig zu machende, Schädigungen an den Gelenken zu verhindern. Insgesamt sollten Gelenkprobleme, die immer wieder kehren oder länger als gewohnt andauern, mehr als vier bis sechs Wochen, einem Arzt vorgestellt werden, Hausarzt oder Facharzt für Orthopädie. Plus plus mehr zum Thema, Diagnose Gelenkschmerzen plus plus wie wird therapiert? Zur Linderung der Schmerzen kann man kurzfristig zu Schmerzmitteln greifen. Doch ist es wichtig, sobald als möglich die zugrunde liegende Ursache zu finden. Erst dann kann die Entstehung gezielt bekämpft und die krankmachende Ursache behoben werden. Zu den klassischen Therapien der Arthrose gehören Lebensstilländerungen, Physiotherapie, Infiltrationsbehandlungen, Bandagen, Einlagen, reizhemmende Medikamente, um nur einige zu nennen. Bei rheumatisch entzündlichen Erkrankungen wurden in den letzten Jahren mit sogenannten Basis-Therapeutiker und Biologiker sehr gute Beschwerdeverbesserungen erzielt. Was kann ich selbst tun? Mit einem gesunden Lebensstil kann man sich vor vielen Erkrankungen schützen. Das gilt auch für Gelenkschmerzen. Übergewicht gilt es zu vermeiden, da dieses eine wesentliche Belastung für die Gelenke darstellt. Jedes unnötige Kilo begünstigt den Verschleiß, Arthrose. Bei Bewegung sollte darauf geachtet werden, dass immer wieder Pausen gemacht und vor allem gelenkschonende Sportarten, wie zum Beispiel Schwimmen und Radfahren, ausgeübt werden. Bewegung ist wichtig, allerdings richtig und in angemessenem Ausmaß. Überanstrengung beim Sport kann leicht zu Sportunfällen und dabei zu Verletzungen der Gelenke führen. Dem sollte ebenfalls vorgebeugt werden. Spezielles Schuhwerk oder Einlagen können beim Gehen Schmerzen reduzieren und weitere Fehlstellungen verhindern.